Wir fahren dann bis zu diesem Wald da oben rauf. Man sieht das jetzt nicht gut, aber da oben ist ein Wald. Wir fahren da rauf, ja, und wir sind schon mindestens fünf Kilometer rauf, also drei oder so. Also ich, ich, Enes und Julian, ja, und wir sind da schon da oben, da hinten geht's da runter. Wir sind, ja, wir sind oben und wir fahren dann mit, das ist mein Rad, das ist Julien sein Rad und das ist ein Enes sein Rad. Ja, und wir liegen da, wir machen gerade Chillpause, wir liegen da am Gras, ganz chillig und so herum. Ja, und ich wollte euch das jetzt nur mal zeigen, schöner Ausblick, ganz da, schöner Ausblick, Talgauberg oben, ja. Das war, ja, und wir gehen jetzt auf Talgau-Eck rauf, ja. Viel Spaß. Und, ähm, bitte gebt mir Abos und gebt mir Daumen nach oben, bitte. Danke, wenn es euch gefallen hat, ähm, dann schreibt mir in die Kommentare, wenn nicht, dann schreibt mir auch in die Kommentare und sagt, was ich besser machen kann. Danke und auf, und tschüss.